Morgentraining in der Spanischen Hochfreitschule zu Wien. Die weißen Lipizzaner erlernen hier alle Gangarten der hohen Schule. Arbeit am langen Zügel. Das Pferd reagiert lediglich auf Zügel und Gärte. Die Levade. Die Ballotade. Erst nach vier Jahren bringen es die Pferde zu einer so vollkommenen Beherrschung ihrer Bewegungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017